so liebe leute wir sind raus aus dem museum und damit ein herzliches willkommen zurück zum let's play spongebob natürlich und wir sollen heute mit der guten die ein bisschen oder hilfe da will genau so ist es ja wie gesagt wir sind am start wir sind raus aus dem museum wir sind wieder zurück wieso muss ich mit sie müssen doch irgendwas machen doch wir müssen doch irgendwas doch machen wir kommen hier raus ich kann doch jetzt hier gerade nicht durch ich habe diese blöde doch darum ja ich hatte so richtig das war der gedanke da ja natürlich schick und ich ist richtig gerade das richtig gerade gemacht es ist doch da irgendwo was von ausgang ausgang ist immer gut aber so ewig lang dürfte dieses level aber auch nicht mehr sein würde ich sagen wenn ich so dass mal ganz spontan anmerken darf ja das ist schon so richtig genau und da ist das weitere ein weiteres ein weiteres bild natürlich fünf haben wir auch so gut ich will noch ganz kurz mal jedoch gucken aber nicht immer was haben hier unten ist doch aber die habe ich gar nicht gesehen ja also ich gehe die andersrum ja 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 auf ja 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 ich wollte ja was kann ich mal ein bisschen durch orientieren genau das ist halt auf zeit natürlich in dem moment so jetzt haben wir das zumindest mal durch okay sie sollte man da draußen bleiben okay so viel zum thema ja okay ich vergesse es immer wieder dass wir den typen gar nicht töten können weil er hat seinen komischen sensor am stort hat jetzt so wir brauchen nicht doch da vorne ist nämlich was tschüss ja ich nehme natürlich den spons der budget sprung mit patrick freut sich sicher das zurückzubekommen ich will dir noch mal blümchen mitnehmen so so ok wieder zurück ja wir müssen wahrscheinlich wieder zu senden die zeugung ist glück ab oder so fangen wir da oben ja die sind wir wieder mit senden die jetzt am start weil es da irgendwo was gibt das ganz viel da ist bestimmt irgendwas okay da sind wir eben hochgekommen ja dann kommt man da wahrscheinlich jetzt ich schicke mal gerade kurz ab dass wir da rüber kommen ich vermute dass wir da alles rüber müssen ich hoffe ich will doch nur helfen helfen euch alle bei meinem aufstieg an die macht zu zerquetschen bitte was wie war das nichts sag mal siehst du diese laser dort ja meinst die dinger die die abgefahrene waschmaschinen aussehen für dein mickriges gehirn sehen sie wohl so aus du musst sie alle einschalten um den letzten abschnitt des grabens der fortgeschrittenen dunkelheit zu überqueren ich hoffe das ist kein schmutziger trick du schurke so so den haben wir auch weg die maschine ist weg so gut haben wir hier noch irgendwas was ich jetzt wissen muss kann ich glaube ich habe doch schon da hoch ne Nummer 1 existiert gut gut und äh und äh ich war doch schon herrung ich hätte nur drücken müssen ich hab's vergessen ich hab's genau den zeitpunkt verrafft aber egal äh warte mal läuft der erste laser schon ja der erste laser läuft schon okay das haben wir ja schon gemacht hier die die ich hoffe die kann jemand gebrauchen die geschichte ich kann nur orientieren mich die da klappt okay das der naja dieses platt aber ich glaube das zuerst auf ja okay ich hatte jetzt was erwartet dass wir das tor so da vorne ist noch eins das heißt wir müssen so weiter das war die scheiß maschine weg schnauze so weiter aber die zeit auch an warum diese scheiße ich habe mich schon mit schutz runter gezogen so gut dann haben wir das aber zumindest mal auch ja 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 ich bin auch schon dran klappe ja 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 so ich brauche noch einen laser die frage ist wo steht der läuft das muss ich überlegen okay das ist nicht ganz so richtig da waren wir nämlich schon ich hab dich doch weg gehabt aber welchen links muss ich jetzt anschließen welchen weiteren laser nach links oder was das haben wir schon ich müsste ja gut gary das hat man ja schon aber ich muss ja da irgendwie trotzdem hoch ich muss halt überlegen wir machen wir gehen was jetzt ganze geschichte am besten so ja die können wir noch nicht rein ist aber nicht trage ich werde mal wie müssen wir da jetzt sagen also der läuft der läuft welcher ist der letzte der noch nicht läuft dass wir gerade nicht der große in der mitte oder der läuft der letzte ich muss sich jetzt ein bisschen orientieren gerade nur das war doch richtig da drüben oder was das war doch richtig da drüben oder was mein gott klasse jetzt warum zu hell springst du runter ja natürlich ich ich Klappe. Äh. Ich wollte gerade sagen. Aber wo zur Hölle muss ich denn da? So, der ist tot. Also der ist kaputt. Gehen wir jetzt gerade mal so ein bisschen in Ruhe. Ich muss jetzt... So, jetzt muss ich da hoch. Wie muss ich da rüber? Hier muss ich weiter. Geradeaus doch nicht, ne? Nein. Warte mal. Wie war ich? Wo war ich jetzt schon? Da war ich schon. Da habe ich den Angel-Dings gemacht. Aber welcher ist der letzte Laser? Also ist das nicht wirklich der... Ist das der... Nee, damit ist es nicht... Darauf wird der gezielt, mehr oder weniger, oder nicht? Ja. Ja, natürlich. Dann schützt man da doch mal dumm ab. Ich kann sich hier aufs Wunsch verwechseln, das wäre der sinnvollste Weg, oder? Ja. Geh, warte mal. Ich will Charakter wechseln. Lass mich in Ruhe! Jetzt. Ja, natürlich. Ich hätte... Ach Mann. Ey, das ist dieser unendetigen Dinger da, ey. Der hat zwar schon wieder... Das hat doch schon eine Richtigkeit, warum? Ich will den Charakter wechseln. Lass mich in Ruhe. Dann geht es doch doch nicht zurück. Das war nur eine Idee. Warte mal. Wie müssen wir denn da jetzt weiter folgen? Klappe jetzt! Das haben wir ja gemacht. Geht auch! Jawohl. Wo zur Hölle lang müssen wir... Schwirre ab, du lästiges Ding! Was O O O O O O O O O Untertitelung des ZDF, 2020